Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 269. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Hallihallo ihr da draußen und bei mir ist natürlich zum Glück wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und in dieser Episode geht es wieder auf hohe See, so kann man das glaube ich sagen. Und vielen Dank erstmal für das Feedback zur letzten Folge, wo es um das besondere Problem von Clive Waring ging, um die Gedächtniseinschränkungen, die er durch seine Erkrankung erlitten hat. Wir haben sehr wohl wahrgenommen, dass ihr diese Themen auch spannend findet und werden das Thema Gedächtnis sicherlich nochmal das ein oder andere Mal berühren. Und wir bedanken uns auch an dieser Stelle nochmal sehr, sehr herzlich an all diejenigen, die uns im Januar unterstützt haben. Sehr schön war so eine Formulierung, die wir erhalten haben, wo jemand in den Betreff dann reingeschrieben hat, für vier Jahre schwarz hören. Also nochmal, niemand muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn er uns nicht einen Euro-Dauerauftrag oder irgendeine Summe überweisen kann oder zukommen lassen kann. Sondern das Tolle ist ja hier, dass Menschen das tun und damit helfen, damit Menschen, die sich das nicht leisten können, trotzdem Huxeler hören können. Und ihr unterstützt uns dabei ganz gewaltig, damit wir das machen können, was wir gerne für euch machen. Und da ermöglicht ihr sehr, sehr viel, dass das geht. Also dafür nochmal wirklich explizit. Ganz, ganz herzliches Dankeschön von uns. Genau. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter, damit wir schnell zum Thema nachher kommen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge haben wir schon fast ein Jahr SARS-CoV-2-Pandemie hinter uns und stecken irgendwie immer noch mittendrin. Und in diesem Zusammenhang ist es auch interessant, dass ein Bereich, dass ein Landstrich dieser Welt, der sich nicht gerade durch eine dichte Bevölkerung auszeichnet, auch nicht verschont geblieben ist von dieser Erkrankung von Covid-19. Die Rede ist von der Antarktis. Entgegen der landläufigen Meinung unter Verschwörungsgläubigen ist da nämlich nicht so viel los an Besiedlung, nur ein paar Forschungsstationen. Und insofern ist es natürlich verwunderlich, dass im Dezember 2020 auch dort die ersten Fälle von Covid-19 aufgetaucht sind. Genauer gesagt gab es 36 Infizierte, die die chilenische Regierung gemeldet hat auf der Forschungsstation Bernardo-O'Higgins. Das heißt, auch dort in diesem entlegenen Teil der Welt ist die Erkrankung vorgedrungen. Es sei denn, ich habe hier einen neuen Verschwörungsmythos kreiert und euch einen Bären aufgebunden. Thema der Woche Die heutige Folge ist im Grunde genommen entstanden durch einen Gastwunsch, also durch einen Wunsch eines Gastes. Und wenn jemand wie Holm Gero Hümbler uns sagt, lass uns doch mal eine Folge übermachen, dann sagt man natürlich nicht nein, sondern macht das sehr gerne. Und deswegen ist das eine Interview-Folge, aber umgedreht kann man ja auch sagen, dass Holm im vergangenen Jahr ja auch fast schon so ein Teil von Huxilla geworden ist, wie viele andere, die uns als Stammbesetzung bei den Ferngesprächen unterstützen. Und wir wünschen euch jetzt viel Vergnügen bei diesem Interview, bei diesem Austausch mit Holm Gero Hümbler über die beiden U-Boote U-530 und U-977. Ja, bei uns jetzt in der Sendung, der Physiker Dr. Holm Gero Hümbler, nabend Holm, sei uns gegrüßt. Moin moin, ja. Und ich habe mal nachgeschaut, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, Holm, ob du der häufigste Huxilla-Gast bist oder ob das immer noch Tommy geschafft hat, weil durch die Ferngespräche war es ja bei ein, zwei Sendungen nicht mit dabei. Ich habe es jetzt nicht mehr genau nachvollzogen können, aber ihr müsstet gleich auf sein zumindest. Und wenn wir so direkt aus der zentralen Skeptiker-Szene das uns anschauen, dann bist du definitiv der Skeptiker, der die häufigsten Gastauftritte bei Huxilla hat. Also den Pokal hast du schon mal gewonnen. Mit den Sonderfolgen, Ferngespräch und dem Huxilla-Spezial und so, dann wahrscheinlich schon, ja. Dann passt das, genau. Weil wir haben, das habe ich mal nachrecherchiert, wir haben dich zu Gast gehabt, für alle diejenigen, die jetzt die Ferngespräche nicht hören, die sagen mit Schäumen, Gero Hümbler, sagt mir irgendwas. Wir haben 2011 das erste Mal miteinander gesprochen über die Erdbebenmaschinen, das war ja dein Vortrag auch bei der Skepcon in Wien 2011. So habe ich dich ja kennengelernt und da haben wir auch gleich dann, glaube ich, die Idee gehabt, das klingt so verrückt mit den Erdbebenmaschinen und dem Hab, daraus haben wir eine Podcast-Folge gemacht. Das war der erste quasi Gastauftritt bei Huxilla, das heißt, das hätte jetzt Zehnjähriges. Das wusste ich gar nicht. Deine Gastauftritte bei Huxilla haben Zehnjähriges Jubiläum. Das stimmt, ja, gut, im September dann endgültig, aber genau, ja. Dann klar, Huxilla Portrait haben wir mit dir gemacht, dann haben wir ja über die enttäuschenden Gottesteilchen gesprochen, wie ich finde, nach wie vor ein sehr, sehr schöner Titel über den Teilchenbeschleuniger CERN, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und du hast tatsächlich, das war mir durchgegangen, auch meine Internetseite hat mich erinnert, in der Folge zum Zodiac Killer, die wir demnächst ja auch nochmal versuchen wollen, so ein bisschen zu aktualisieren, hast du einen Bericht über die Credcon in Manchester, glaube ich, war das, gemacht. Stimmt, genau, das hatten wir so als Anhang hintendran, ja, aber ich hatte keine Ahnung mehr, in welcher Folge das war, insofern hätte ich das auch gar nicht wieder gefunden. Ein langer Begleiter von Huxilla natürlich schon und wir haben heute wieder ein Thema mit dir, was, du machst ja auch sehr viel, sag ich mal, so ganz seriöses Zeug aus der Skeptikerszene, aber irgendwie ist dir ja diese ganze braunesoterische Geschichte irgendwann mal zugeflogen und da hast du ja auch ein großes Expertenwissen dir dann angeschafft, gezwungenerweise, oder, ehrlich gesagt? Ja, in gewisser Weise schon, auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, ich habe diese Folge ja so ein bisschen mit angepiekst, weil ich bei euch halt auch immer diese Folgen mit Seefahrtsbezug, ob das jetzt die Mary Celeste ist oder was auch immer da so auftaucht, die finde ich einfach immer besonders spannend und ich finde, das passt auch sehr schön zu einem Podcast aus Hamburg und dementsprechend fand ich einfach dieses Thema einfach auch von den beiden Schiffen her faszinierend. Und ich muss sagen, also dieses ganze, dieser ganze Neuschwabenland-Kram hat mich ursprünglich auch so von der technischen Seite her wahnsinnig fasziniert und die Geschichte von diesen beiden U-Booten, das fand ich unheimlich spannend und ich habe mich, als ich das Verschwörungsmythenbuch geschrieben habe, echt darauf gefreut, dieses Kapitel zu schreiben und nachdem ich dann mittendrin war und auf einmal lauter Quellen mit irgendwelchem Nazi-Dreck lesen musste, das ist mir während des Bearbeitens dieses Kapitels dermaßen auf den Zeiger gegangen, das wurde so unappetitlich mit der Zeit, dass ich dann echt froh war, als ich es dann auch hinter mir hatte. Genau, also dein Buch werden wir verlinken, Verschwörungsmythen, wie wir mit verdrehten Fakten für dumm verkauft werden. Da hast du ja unserem heutigen Thema, nämlich den beiden U-Booten, aber nicht nur, sondern eben dem ganzen Neuschwabenland-Mythos ein Kapitel geschenkt. Das ganze Buch sehr zu empfehlen, werden wir euch verlinken unter der Folge und uns ging es ja, du erwähnst ihn ja im Kapitel auch, Dr. Axel Stoll bei der Stoll-Recherche seiner Zeit dann ja auch so, da hat ja Alexa viele der Fußnoten recherchiert und das ging ja irgendwann auch so mit der braunen Literatur. Ja, also das war natürlich mit zum einen diese ganzen Neuschwabenland-Geschichten, zum anderen natürlich diese ganze Hochtechnologie, die da dem Dritten Reich untergejubelt wird und was ja wirklich bis heute eine Riesenfaszination auf viele Menschen ausübt, diese fliegenden Untertassen, Friedel und Haunebu und so weiter. Und das hat so was einerseits Spielerisches, finde ich, und auch etwas, wo sich vielleicht viele Leute irgendwie reindenken können, weil es wirklich so einen Fiction-Charakter hat. Auf der anderen Seite, genau wie du das beschreibst, Holm, wenn man dann wirklich in die Tiefe recherchiert und mal schaut, woher kommt das alles und was bedeutet das eigentlich alles letzten Endes, dann wird es richtig widerlich. Und ich werde nie vergessen, dass Stoll so in den letzten Jahren, als ich ihn dann auch nochmal getroffen habe, gesagt hat, ich beschäftige mich jetzt gar nicht mehr mit Hitler und den Nazis und so, nur noch Hochtechnologie, nur noch Hochtechnologie. Und das hatte so was Entschuldigendes, als wäre das okay, quasi dem Dritten Reich dann nur noch diese Hochtechnologie zuzusprechen und sich damit zu beschäftigen, als würde das irgendwelche Dinge entschuldigen. Und er hat gar nicht gemerkt in dem Augenblick, dass das eigentlich zu diesem ganzen Geschichtsrevisionismus dazugehört. Und dass das genau in dieselbe Kerbe schlägt letzten Endes. Und ja, insofern, ich kann das verstehen, dass einen das Thema einerseits fasziniert und andererseits furchtbar nervt. Ja, die Technologie war ja auch ein Teil der NS-Propaganda im Krieg. Also es war ja, es gibt wunderschöne Interviews, also Auswertungen von Abhörprotokollen von deutschen Kriegsgefangenen, von Sönke Neitzel auch, wo immer wieder dieses Thema der Geheimwaffen auftauchten, wo immer wieder auch diese Kriegsgefangenen, dann während sie schon in England in Gefangenschaft waren, gesagt haben, ja also wenn die Messerschmitt 262 kommt, dann ist der Krieg vorbei, weil dann haben wir sowieso gewonnen. Oder wenn diese U-Boote kommen oder wenn diese Raketen kommen und so weiter. Das war ein ganz wichtiger Teil für die deutsche Kriegsmoral, dass man den Leuten immer wieder was von den neuesten Wunderwaffen erzählt hat. Und die sind, da ist natürlich auch ganz wüst drauf los experimentiert worden. Und da sind wahnsinnig viele Sachen dabei, wo man sich das anguckt. Das sieht erstmal auf den ersten Blick nach einer total tollen Idee aus. Und am Schluss kamen dann da irgendwelche Riesenpanzer raus, die irgendwo im Matsch versunken sind, weil sie einfach so schwer waren, dass man mit denen nirgends fahren konnte. Oder Sachen, die so aufwendig in der Herstellung waren, dass man sie gar nicht produzieren konnte. Aber es sah halt bei den Pilotsachen, wenn man sie Hitler vorgeführt hat, sah es halt gut aus. Und man konnte es jetzt in der Zeitung zeigen und es war gut für die Moral. Und das hat wahnsinnig viel Eindruck gemacht, der eben auch nach dem Krieg nachwirkt und eben Teil dieser Wunderwaffenpropaganda bis heute noch da ist. Noch da ist. Was ganz faszinierend ist, ich bin ja ein großer Freund von Klembausteinen. Das klingt jetzt gerade ein bisschen komisch, aber es gibt eine ganze Reihe von Herstellern. Zum einen Kobi aus Polen, ein Hersteller, der komplett in der Europäischen Union Modelle herstellt. Und die haben sich inzwischen sehr darauf spezialisiert, Militärmodelle aus Klembausteinen, wer es nicht kennt, also Lego-kompatible Bausteine, also so muss man sich das vorstellen. Die machen ganz viel Weltkrieg I und Weltkrieg II Modelle. Und da sind dann mitunter auch Modelle der Wehrmacht dabei. Und das ist genau das, was du beschreibst. Ich habe das vorher nie gewusst, dass die irgendwelche absurden Panzer entwickelt haben, die sehr, sehr eindrucksvoll waren, von denen dann am Ende drei oder vier gebaut wurden und die dann im Grunde genommen aber unglaublich eindrucksvoll waren, aber gar nicht mehr für den Einsatz geeignet waren. Und ich glaube, der Höhepunkt war ein, ich weiß nicht, ob man da noch bitte zu, also ein Gefährt auf Schienen, was man fahren konnte mit einem riesigen Geschützturm, was einfach nur unglaublich eindrucksvoll war, aber fast gar nicht praktikabel war. Und man musste quasi ein eigenes Gleisbett aufbauen, um dieses Fahrzeug dann immer jeweils nochmal an einen Zug anzudocken. Also völlig verrückter Kram. Also das Ding ist eingesetzt worden auf der Krim im Kampf um Sevastopol und so, aber wirklich nur so einzelne, weil natürlich auch wahnsinnig anfällig gegen Luftangriffe. Das Irrsinnigste war eine Kanone, die von Frankreich nach England schießen sollte und die konnte man gar nicht bewegen, die war da fest an der Küste installiert und die hatte halt genau einen Bombenangriff überstanden. Ja, also es ist völlig sinnlos eigentlich und vorhersehbar, dass das nichts wird, aber ja. Aber das Interessante ist ja, dass letzten Endes diese ganze Propaganda und diese Inszenierung einer angeblich so überlegenen Technologie dazu geführt hat, dass viele, die ja auch so ein bisschen in die politisch rechte Ecke denken, sich heute noch nicht vorstellen können, warum denn Deutschland, und vielleicht hat es das ja auch gar nicht, das deutsche Reiter den Krieg verloren hat. Und diese Heldenverehrung und dieses sich nicht erklären können, wie so jemand, auch wie Hitler, dann so ein unrühmliches Ende finden kann, das findet man ja auch in diesen Geschichten der U-Boote wieder. Ich werde nie vergessen, wie ich das gehört habe von Stoll, wie er so beschreibt, wie dieses U-Boot da ankommt und dann entsteigt ihm eine elegante Dame und das ist dann Eva Braun. Da sind wir eigentlich schon mitten in der Geschichte und ich fand eigentlich schon allein diese Beschreibung, die er ja auch von einem ganz bestimmten Autor übernommen hat, schon so gruselig, weil da so eine Heldenverehrung daraus spricht. Und ich finde, da muss man echt schon genau hingucken und das auch mal einschätzen und bewerten, was das eigentlich ist, wenn Leute so über Hitlers und Eva Brauns angebliche Flucht sprechen. Wir haben die Folge ja genannt, die letzte Fahrt von U530 und U977. Was sachlich nicht ganz stimmt, weil die sind danach von den Amerikanern noch als Übungs- und Zielschiffe benutzt worden. Ja, wenn man sie schon zur Verfügung hatte, aber das ist natürlich der etwas reißerische Titel. Jetzt müssen wir, glaube ich, obwohl wir uns sehr auf die U-Boote konzentrieren wollen in der heutigen Episode, vielleicht ganz kurz das noch einbetten, warum wir uns überhaupt diese U-Boote ankommen, welchen Bezug wir haben. Und es geht ja im Grunde genommen um Neuschwabenland, um den Mythos von Neuschwabenland. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz unseren Hörern so knapp, wie du meinst, ganz kurz beschreiben, worum es bei diesem Neuschwabenland-Mythos eigentlich geben soll. Ja, also bei der Geschichte von Neuschwabenland geht es um die Idee, dass während des Zweiten Weltkriegs, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, sich eine führende Gruppe von Nazis mit einem erheblichen Anteil von Truppen in eine geheime Basis in Neuschwabenland, also in der Antarktis abgesetzt hätte. In einer Gegend, die man zwischenzeitlich von Deutschland aus versucht hat, Neuschwabenland zu nennen. Königin Mautland heißt das jetzt offiziell, gehört zu Norwegen, also es wird von Norwegen beansprucht, aber durch den Antarktis-Vertrag hat da ja eigentlich niemand wirklich Kontrolle oder Besitzansprüche, die irgendwas ernsthaft ausmachen. Genau, und die Idee ist ja, dass diese Basis, diese angebliche bis heute ja existiert. Ja, es gibt unterschiedliche Versionen. Also es hieß dann erstmal, es wäre in der Nachkriegszeit, dann gibt es Autoren, die behaupten, es wäre irgendwie mit Kernwaffenangriffen in den 50er Jahren vernichtet worden. Und andere schreiben dann, ich glaube, Jan van Helsing schreibt also drüber, dass also von Neuschwabenland aus irgendwelche Flugscheiben noch in den Golfkrieg eingegriffen hätten und ähnliche Dinge. Also ja, ganz wirre Fantasien, die da kursieren. Genau, und die Geschichte der beiden U-Boote ist aber irgendwie auch verknüpft und dient, zumindest einigen dieser Autoren ja als Beweis oder als eindeutiger Hinweis, dass an dieser Basis in der Arktis etwas dran sein soll. Und beginnen tut das im Grunde genommen mit der Ankunft dieser deutschen U-Boote in Südamerika, in Argentinien. Da ist, glaube ich, der Ausgangspunkt dieser Geschichte. Genau, und das ist tatsächlich, also es ist nicht nur etwas, was von Neuschwabenland-Gläubigen heute angeführt wird. Es ist tatsächlich der Beginn des Neuschwabenland-Mythos. Damit fängt das alles an. Und diese ganze, auch die Flugscheibengeschichte hat ihre Wurzeln in der Nachkriegszeit. Und die Geschichte von Neuschwabenland geht eigentlich unmittelbar, fängt eigentlich unmittelbar nach der Landung dieser U-Boote an. Und es fängt damit an, am 10. Juli 1945, also ungefähr zwei Monate nach Kriegsende, dass das U-Boot U-530 an der argentinischen Marinebasis Mar del Plata, das liegt also kurz vor Buenos Aires, sozusagen wie Cuxhaven zu Hamburg am Meer, ankommt und sich der argentinischen Marine übergibt und die Besatzung eben in Argentinien interniert werden möchte und nicht in den USA oder sonst wo bei richtigen Kriegsgegnern, um es mal so zu sagen. Argentinien war gegen Kriegsende auch, hat gegen Kriegsende noch schnell Deutschland den Krieg erklärt. Aber an sich war in Argentinien damals eine Militärregierung, die, sagen wir mal, durchaus Sympathien hatte und lange Zeit versucht hat, sich sehr neutral gegenüber dem Zweiten Weltkrieg zu verhalten. Und die Hoffnung war, dass man da nicht ganz so großer Bestrafung entgegensehen musste wie woanders. Genau. Das hat man in den Hafen angesteuert. Also das war so das erste von den beiden U-Booten und das zweite U-977 kam dann ungefähr einen Monat später noch nachgetröpfelt. Aber eigentlich fängt die, die ganze, das ganze Echo fängt eigentlich schon mit U-530 an. Und als U-977 dazu kam, hat das die Geschichte nur noch mal nachbefeuert, aber eigentlich war das alles schon in der Welt. Aber warum ist denn jetzt die Ankunft? Genau, das klingt ja jetzt eigentlich völlig normal, dass da ist ein U-Boot, dessen Besatzung sagt, lieber die Südamerikaner, als dass wir an die USA geraten, wo wir in Kriegsgefangenschaft kommen, ergibt sich und kommt da also an. Wie kommen denn bloß Verschwörungsgläubige da drauf, da schon einen Ansatzpunkt für irgendwelche Ungereimtheiten zu sehen? Naja, es fängt im Prinzip damit an und man sieht hier sehr schön auch diese ganzen Nationalismen, die in diese Geschichte reinspielen. Es fängt eigentlich an mit einer Meldung in einer Tageszeitung aus Uruguay, die geschrieben hat, naja, da ist jetzt dieses deutsche U-Boot angekommen, das hat wahrscheinlich Hitler und Eva Braun nach Argentinien gebracht. Also in Uruguay fing man an, gegen Argentinien zu sticheln. Daraufhin fühlte sich, das ging natürlich, dann schwappte in die amerikanische Presse über, dann fühlte sich also die argentinische Regierung also deutlich genötigt, da Stellung zu beziehen und zu sagen, wir gucken dann natürlich danach, aber an sich, wir wissen nicht, wo Hitler ist, wir wissen nur eins, er ist definitiv nicht in Argentinien. So, das war also so die Meldung der argentinischen Regierung und das schwappte dann wiederum in der argentinischen Boulevardpresse, fing dann jemand an, darüber zu spekulieren, dass doch der, wenn er denn nicht in Argentinien ist, er ja vielleicht in der Antarktis sein könnte. Und die Antarktis spielte auch in Argentinien zu dem Zeitpunkt eine relativ große Rolle, weil das gerade so die Zeit war, als Argentinien versucht hat, Besitzansprüche auf die antarktische Halbinsel, also ganz anderen Teil der Antarktis als Neuschwabenland. Aber also dieser Zipfel Antarktis, der so Südamerika entgegenragt und eigentlich auch klimatisch noch der angenehmste Teil der Antarktis und da hatten also sowohl die Briten als auch die Argentinier als auch die Chilenen so ihre Ansprüche da. Und inzwischen haben sie da ihre Forschungsstationen mehr oder weniger nebeneinander stehen, aber damals war das so ein bisschen so, dass man sich da noch drum gestichelt hat und jeweils die Flaggen des anderen entfernt hat. Also es gab da nie einen ernsthaften Konflikt, aber man hat schon versucht, dass da jeder seine Forschungsstationen irgendwie aufbaut und jeder irgendwie seine Ansprüche markiert. Und dementsprechend, das war ein Thema in der Presse, die Antarktis und dann kam diese Spekulation auf. Und der gleiche Autor dieses Artikels hat dann zwei Jahre später auch ein Buch darüber geschrieben, wo er diese Geschichte dann wahnsinnig ausgesponnen hat. Und über diesen Artikel aus der Boulevardpresse berichtete dann wiederum ein Radiosender aus dem Kongo, auf Französisch, der von amerikanischen Zeitungen offensichtlich gehört wurde. Und die haben das dann transkribiert und übersetzt. Und damit war also diese Geschichte dann über die amerikanische Presse in der Welt. Und ja, dann hieß es aber bis in die 50er Jahre rein, naja, das ist, da könnte es vielleicht ein Versteck für Hitler und Eva Braun und vielleicht noch Bormann und zwei, drei andere irgendwo auf einer Insel vor der antarktischen Küste geben, dass das so richtig, also dass daraus sozusagen eine starke Basis geworden ist, das hat sich dann über die Jahre immer mehr aufgeplustert. Jetzt könnte man mal sagen, wenn denn Hitler doch aber eigentlich tot war, also das war ja im Grunde das, was passiert ist, er hat das Leben genommen im Bunker, warum hat man da überhaupt hingehört? Also man hätte ja, also warum konnte sich da überhaupt so eine Geschichte entspinnen? Weil es im Westen keinen Beweis gab, dass Hitler tot ist. Also man wusste, dass Hitler tot ist, weil die Sowjets gesagt haben, dass Hitler tot ist. Aber die haben ihn ja so schnell wie möglich, also die Leiche verbrannt und den Schädel irgendwo in Moskau eingebunkert und alles andere möglichst gründlich verschwinden lassen, damit eben auch kein, ja, kein Pilgerort für irgendwelche Nazis da entstehen könnte, wenn bekannt wird, wo Hitlers Grab ist. Und dementsprechend gab es eben im Westen, hat man immer noch gesagt, naja, müssen wir den Sowjets jetzt glauben, wenn die das sagen? Also in Amerika wurde tatsächlich ernsthaft schon kontrolliert auf diesen ganzen Fluchtwegen. Wer denn da, ob da nicht vielleicht Hitler irgendwie mit abhaut? Und es sind ja führende Nazis auch nach Argentinien geflüchtet. Das ist halt weitaus eher jetzt über die Rattenlinie, über Italien nach Nordafrika und dann weiter. Teilweise mit aktiver Unterstützung des Vatikans. Aber, ja, also das mit den U-Booten, da kommen wir ja gleich noch dazu, wie realistisch das ist. Genau. Hast du dich mal beschäftigt mit den Gerüchten oder Meldungen, dass selbst Stalin immer mal wieder gesagt hat, guckt doch nicht so mal, also guckt lieber noch mal nach, ob ihr Hitler findet. Da gibt es immer wieder Berichte, dass selbst Stalin am Ende nicht so wirklich darauf vertraut hat, dass Hitler wirklich tot ist, weil auch natürlich da die Beweise ja nicht da waren. Also wenn nicht, wenn du da nichts gelesen hast, ich habe es immer mal wieder gelesen und dieser Schädel, der dann irgendwann, ja tatsächlich nach Moskau irgendwann gelangt ist, der muss wohl auch einen nicht so ganz gut nachzeichenbaren Weg gehabt haben. Also die Zweifel waren sogar zum Teil, wenn man dem glauben mag, einigen Berichten in der sowjetischen Führung damals gelegen haben. Das muss auch ganz interessant sein. Ja, also ich muss natürlich auch sagen, dass so die Tage der Kapitulation und eigentlich die Monate davor, auch dieser ganze Vormarsch, nicht nur auf sowjetischer Seite einfach ein vollkommenes Chaos, war und die Frage, wer da eigentlich was noch nachvollziehen kann, die Leute hatten schlichtweg anderes zu tun, als Protokolle zu schreiben. Also da herrschte auch auf amerikanischer Seite viel, viel Unklarheit, was da eigentlich in dem Moment, wo die vormarschiert sind, an der Front hier oder da passiert ist. Aber das ist eigentlich auch normal. Gut, also kommen wir nochmal zurück zu den U-Booten und Pressemitteilungen. Die hast du ja sehr schön nachgezeichnet. Und so einmal rum die Erde rum nach Amerika gelangt und jetzt plötzlich war also nicht mehr ganz klar, ist Hitler in Argentinien noch viel interessanter, gibt es eine Station in der Arktis. Und da ist ja die Frage, was die U-Boote jetzt mit dieser Basis zu tun haben. Das war ja dann das, wo sie es aufgebläht hat. Ja, also was heute halt kursiert und immer wieder mal verbreitet wird, ist, dass die sozusagen Teil eines deutschen U-Boot-Konvois gewesen wäre, einer größeren Zahl von deutschen U-Booten, die sich irgendwie im Anfang Mai 1945 abgesetzt hätten und dann eine große Zahl von Soldaten eben nach Neuschwabenland gebracht hätten. Warum jetzt aber ausgerechnet diese beiden U-Boote dann von Neuschwabenland wieder nach Argentinien hätten fahren müssen, um da in total schlechtem Zustand anzukommen und da übergeben zu werden, das erschließt sich mir daraus zumindest nicht. Aber es ist sozusagen, dass die Tatsache, dass diese U-Boote da angekommen sind, hilft sozusagen einer gewissen Assoziation weiter. Mehr ist es eigentlich nicht. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, die sind in sehr, sehr schlechtem Zustand angekommen. Und ist es denn tatsächlich so, dass man bei U530 so ein paar Ungereimtheiten festgestellt hat, so von wegen Unterlagen und Logbücher, die verschwunden sind und Dinge, die man sich nicht erklären konnte, weil das sind ja auch so Details oder vielleicht auch angebliche Details, auf die sich dann diejenigen, die diese Neuschwabenland-Geschichte spinnen, auch gerne mal stürzen als angebliche Blick. Also es gab logischerweise jede Menge Ungereimtheiten. Also man muss sich das, wir kommen gleich noch auf die Fahrt, aber man muss sich das also schon so vorstellen, dass das jetzt keine kriegsvoll, kriegstauglichen, einsatztauglichen U-Boote mehr waren, als die da ankamen. Die hatten natürlich eine riesenlange Fahrt hinter sich, hatten kaum noch Treibstoff, mussten zwischenzeitlich bei allen möglichen Sachen halt improvisieren. Es war auch irgendwie klar, also wenn man mit einem Schiff, ich war ja bei der Marine, wenn man mit einem Schiff auf See unterwegs ist, man ist jeden Tag am Materialpflege machen, damit einem das alles nicht unter den Fingern wegrostet und irgendwas zerbricht und die Motoren vibrieren und irgendwas ist ständig kaputt und man ist ständig am Reparieren. Und wenn man jetzt aber weiß, wir brauchen dieses Boot jetzt noch zwei Wochen, um nach Argentinien zu kommen und dann landet das eh beim Feind, dann hat man sich auch um nichts mehr gekümmert. Und dazu kam das insbesondere auf U-530, die auch sehr deutlich versucht haben, offensichtlich auch für den Fall, dass sie von irgendjemandem aufgegriffen werden, sich zu demilitarisieren. Das heißt, die haben alles, was sie an Waffen irgendwie losmachen konnten, über Bord geworfen. Die haben ihre Logbücher über Bord geworfen, die haben zum Teil ihre Militär, ihre Dienstausweise über Bord geworfen und eigentlich alles entsorgt, um sich zu einem möglichst wenig bedrohlichen, zivilen Schiff zu machen und auf keinen Fall den Eindruck zu erwecken, sie wollten noch irgendwie weiterkämpfen. Und was auch so ein bisschen durcheinander verursacht hat, ist, dass es gewisse Ungereimtheiten gab zwischen den Aussagen des Kommandanten und der Crew. Und es kursierten dann zwischenzeitlich auch in Argentinien Gerüchte darüber, ob das da vielleicht eine Meuterei gegeben hätte, ob der Kommandant vielleicht gar nicht der Kommandant ist. Also man sieht auch, wenn man dieses Gefangenenfoto anguckt, das war ein ganz, ganz junger Mann. Also, dass der möglicherweise auch vollkommen anders aussah, als auf irgendeinem Dienstfoto, was ein Jahr alt war. Also, der war irgendwie Anfang 20 und war Kommandant von einem U-Boot. Das ist eigentlich auch unvorstellbar eigentlich. Aber zu der damaligen Zeit, wo einfach jeder irgendwie dahin verfrachtet worden ist, 80 Prozent der Leute, die auf U-Booten eingesetzt waren, sind nicht mehr nach Hause gekommen. Also, die haben diese U-Boot-Besatzung im Wahnsinnstempo ausgebildet und darauf verfrachtet. Und die meisten waren irgendwie relativ schnell tot danach. Also, das war ganz üble Verhältnisse auch. Ja, vielleicht mal, um da einzuhaken. Wir haben ja gerade über diese angebliche Hochtechnologie gesprochen. Woran kann man das festmachen, warum die Verlustrate bei den deutschen U-Booten so groß war? Weil das widerspricht ja im Grunde genommen der These, dass die so toll waren, die U-Boote. Das war ja die neue Geheimwaffe. Und wenn du jetzt sagst, na ja, eigentlich war das Cannon Fodder, was man da an Bord brachte. Kannst du das in Zusammenhang stellen? Na ja, gut. Das ist im Prinzip genau das Gleiche wie überall sonst auch. Es gab diese tollen neuen U-Boote tatsächlich, die durchaus gewisse technische Innovationen hatten. Aber vom U-Boot Typ 17, der diesen viel diskutierten und gerade bei den Neu-Schwaben-Landgläubigen immer wieder vorgebrachten sogenannten Walter-Antrieb hatte, können wir vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Davon gab es genau vier Stück. Und von denen ist nie eins im Kampfeinsatz gewesen. Das waren reine Erprobungs-U-Boote zu dem Zeitpunkt. Während die Masse der deutschen U-Boote und eben auch diese beiden, die da aufgetaucht sind in Argentinien, das waren U-Boote, die sind konstruiert worden, konzipiert worden in den 30er Jahren, basierend auf den Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg. Und im Prinzip kommen wir jetzt eigentlich schon so langsam zu dem Aspekt drüber, wie muss man sich diese Boote eigentlich vorstellen und wie realistisch ist das, dass man mit denen halt irgendwie großartig Material nachher in die Antarktis gebracht hat. Also das sind Boote, die basierten auch auf der U-Boot-Taktik des Ersten Weltkriegs. Also als man die gebaut hat, hatte man dieses Bild im Kopf, das U-Boot fährt aus dem Hafen raus, aufgetaucht, fährt irgendwie als normales Überwasserschiff durch die Gegend. Und wenn es dann Feindkontakt hat, dann taucht es ab und schießt seine Torpedos ab aus Seerohrtiefe und dann taucht es wieder auf. Also das ist wirklich eigentlich ein Überwasserschiff ist, was nur mal so kurz taucht. Und so sind die von der Konstruktion her auch. Man sieht das am Rumpf. Also das sind dieses U-977, ist ein Typ 7C U-Boot. Das kann man sich, ein Typ 7C U-Boot kann man sich in Laboe an der Kieler Förde angucken. Da steht das als Museums-U-Boot. Man kann da auch drauf, ich empfehle das, da kriegt man einen sehr guten Eindruck davon, wie eng das da ist. Wenn man sich dann vorstellt, dass in dieser kleinen Blechdose irgendwie 48 Leute, 50 Leute gehaust haben müssen. Okay, auf der Überfahrt waren es dann ein paar weniger. Aber das sind extrem beengte Verhältnisse. Da hatte nicht mal jeder ein Bett. Also die mussten sich teilweise umschichtig Schlafplätze teilen und die Schlafplätze waren teilweise eingekeilt zwischen den Torpedorohren und sowas. Einen ganz guten Eindruck, auch von einem Typ 7C U-Boot gibt auch der Film das Boot. Das spielt auch auf einem 7C U-Boot und es ist sehr originalgetreu nachgebaut dafür. Und da sieht man auch diese extremen Verhältnisse. Auch das, ja, also es hat nichts mit modernen U-Booten zu tun. Diese großen russischen und amerikanischen U-Boote, wo eigentlich der größte Feind die Langeweile ist, wenn man irgendwie monatelang getaucht rumfährt. Die waren überhaupt nicht dafür gebaut, so lange getaucht rumzufahren. Das ist aber natürlich ein wichtiger Hinweis. Diese Unterscheidung, dass man sagt, das waren eben nicht die, die man aus, Gott, wie heißt denn der Film mit Sean Connery? Red Oktober. Red Oktober, ja. Nein, es ist das Boot, es ist nicht Red Oktober. Genau das. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Denn sonst hat man die Atom-U-Boote, die, wie du schon sagst, gar nicht mehr auftauchen müssen, die im Grunde genommen ähnliche Technologie wie die Raumfahrt benutzen, um Ressourcen aufzubereiten wieder. Das gab es halt alles nicht. Ich finde es ganz beeindruckend, dass du sagst, auf Seerohrtiefe mal kurz abtauchen. Und damit waren sie ja auch gegen Angriffe sehr anfällig. Ja, genau. Also die Idee war dann natürlich Seerohrtiefe für den Angriff. Und wenn dann tatsächlich ein Zerstörer irgendwie anfängt, Jagd auf einen zu machen, dann taucht man halt tiefer ab auf irgendwie unter 100 Meter. Und dann wäre man mit der Sonartechnik von den 30er Jahren, Anfang des Zweiten Weltkriegs noch, wäre man da halbwegs sicher gewesen. Und da hat man sich halt riesig was davon versprochen. Und mit der Zeit ist eben die Sonartechnik immer besser geworden. Es wurden die Ziele, was ja überwiegend Transportschiffe waren, die Versorgungsgüter von den USA nach Großbritannien liefern sollten. Die Konvois wurden immer größer, sie wurden immer besser geschützt. Man hat von Flugzeugen aus, von weitreichenden Flugzeugen aus, systematisch Jagd auf U-Boote gemacht, was natürlich im Ersten Weltkrieg überhaupt nicht stattgefunden hat. Und dementsprechend wurden die U-Boote dann schon während des Krieges ständig umgebaut. Man hat also teilweise die Geschütze, die Flugabwehrgeschütze entfernt, weil man festgestellt hat, man kann sich sowieso nicht verteidigen. Und hat stattdessen einen Schnorchel angebaut, dass man tagsüber den ganzen Tag unter Wasser fahren konnte und dann halt nur noch mit dem Schnorchel rausgucken hatte. Und dann gegeben, also ursprünglich die Idee war, dass man halt wenigstens nachts auftaucht und gegen Kriegsende war das aber teilweise schon so, dass die U-Boote also überhaupt nur noch, also praktisch die meiste Zeit auf Schnorcheltiefe gefahren sind, weil sie eigentlich gar nicht mehr richtig auftauchen konnten. Und teilweise die Radargeräte gegen Ende des Krieges auch schon so waren, dass man vom Flugzeug aus mit einem empfindlichen Radar sogar den Schnorchel schon erkennen konnte. Also obwohl der ja wirklich nur, ja, also vielleicht einen halben Quadratmeter Rückstrahlfläche hat. Aber das, also es wurde für die U-Boote einfach immer schwieriger, nicht entdeckt zu werden. Und das war eben auch die Situation, vor der diese beiden U-Boote dann halt bei ihrer versuchten oder ja bei ihrer letztlich gelungenen Flucht nach Argentinien standen. Und diese Flucht war ja letzten Endes auch ein Zuwiderhandeln gegen den Befehl von Dönitz, weil es hieß ja irgendwie Kapitulation und man soll sich den Alliierten ergeben oder die Häfen anlaufen. Und dann haben die ja ganz anders reagiert und haben gesagt, so nö, wir brechen jetzt in Richtung Argentinien auf. Ja, es war zum einen ein Zuwiderhandeln gegen den Befehl von Dönitz, es war aber letztlich auch ein Verstoß gegen internationales Recht. Also man war ja als im Prinzip ja noch funktionierende Militäreinheit, war man sozusagen nicht irgendjemandem zugehöriges, ja Partisanen, Terroristen, irgendwie sowas. Also ich meine, wenn jemand heute mit einem geklauten Kriegsschiff irgendwo auf dem Meer rumfährt, selbst wenn der auf niemanden schießt, würde man den auch sehr schnell versuchen, irgendwie dingfest zu machen. Und so ging es denen halt auch. Und das heißt, wir haben, um das nochmal zusammenzufassen, ich will nicht sagen veraltete, aber alte Militärtechnologie, die sowieso schon auch im Kriegseinsatz eher veraltet war. Wir hatten Soldaten, die gesagt haben, es ist eh alles vorbei. Wir wollen aber auch nicht versenkt werden und sterben. Wir wollen aber auch nicht den Alliierten in die Hand fallen. Also machen wir uns mal auf den Weg dahin, wo wir hoffen, glimpflich davonzukommen. Wir haben eingangs, erst eingangs gesagt, also alles eine ganz plausibel nachzuzeichnende Geschichte, die wir hier haben. Und jetzt sind wir nochmal, aber warum dann Neuschwanland? Also was sollen diese U-Boote, so wie es jetzt nachgezeichnet, was sollen die denn mit Neuschwanland zu tun gehabt haben? Und wie sollen sie irgendwas transportiert haben? Also es gibt einige Bücher über Neuschwanland, die eben diesen angeblichen U-Boot-Konvoi von 100 Konvois aus Kiel nach Neuschwanland erwähnen, der eben da abgelegt haben soll, also mit 100 U-Booten dann diese Armee nach Neuschwanland gebracht haben soll. Ja. Und ich meine, man muss sich, selbst wenn man diese 100 U-Boote annimmt, dass es die gegeben hätte. Also so ein U-Boot hatte 50 Mann, zwischen 45 und 50 Mann Besatzung und brauchte auch, also mit viel, viel weniger, gut U-977 ist mit 32 Mann über den Atlantik gefahren, da hat man es aber auch schon deutlich gemerkt, von U-977 kennt man, weiß man relativ gut, was auf der Überfahrt passiert ist, weil der Kommandant hinterher ein Buch drüber geschrieben hat. Da wurde es schon sehr, sehr schwierig. Also faktisch, wenn man alles nicht kriegsnotwendige oder fahrtnotwendige Personal entfernt hätte, dann hätte man mit so einem U-Boot vielleicht 10, 15 Mann transportieren können, aber dann auch kein zusätzliches Baumaterial mehr und keinen Brennstoff. Und das, also damit hätte man keine Armee verlegen können, sondern allenfalls irgendwo ein kleines Kommando. Man hätte sie aber auch in Neu-Schwabenland nicht an Land bringen können. Also das, man muss sich ja vorstellen, das war ja, also die sind, Kriegsende war Anfang Mai, die angekommen, das erste Schiff in Argentinien ist es im Juli. Das heißt, die hätten im Juni irgendwann in Neu-Schwabenland an der antarktischen Küste sein müssen. Das ist sozusagen der tiefste Winter da. Und da hat man vor dem Festland dessen, was man als Neu-Schwabenland bezeichnet, fast 1.000 Kilometer massives Eis. Also da ist das Meer komplett von Eis bedeckt. Und da muss man schlichtweg sagen, U-Boote des Typs 7c oder Typ 9, wie die U-530 waren, konnten keine 1.000 Kilometer weit tauchen. Also die mussten spätestens nach 100 Kilometern wieder auf Schnorcheltiefe gehen, um einfach Luft zu bekommen, weil die Batterien leer waren und sie dann ihre Batterien wieder aufladen mussten. Und dazu mussten sie einen Dieselmotor starten. Das geht halt nicht, wenn du nur die Luft hast, die du im U-Boot hast. Also das, und es gab zu Kriegsende genau diese vier deutschen U-Boote mit Walterantrieb, die mehr als 1.000 Kilometer hätten tauchen können. Die wiederum hätten aber, die mussten den Sauerstoff in Form von Wasserstoffperoxid mitnehmen. Das heißt, die mussten so viel Brennstoff mitnehmen, dass das U-Boot insgesamt gar keine so große Reichweite hat. Die hätten zwar unter das Eis kommen können, aber die hätten nicht von Deutschland nach Neuschwabenland kommen können, ohne sich zwischendurch mit Wasserstoffperoxid wieder zu versorgen, der wahnsinnig aufwendig zu kriegen ist. Das heißt, also da hast du jetzt gerade schön zusammengefasst, die Grundidee war, die Basis in der Anglertes ist aufgebaut und mit Material und dann Soldaten befüllt worden mit U-Booten. Das ist das, was in diesen ganzen Geschichten erzählt wird und du hast jetzt gerade sehr schön umrissen, dass das einfach nicht möglich ist. Und um vielleicht auch nochmal zu sagen, U-Boote, die unterm Eis auftauchen können, also das gibt es ja heutzutage schon, dass es U-Boote gibt, die auch eine Eisdecke durchbrechen können. Die Amerikaner haben so ein paar U-Boote dieser Art, aber die sind halt komplett anders konzipiert als die deutschen U-Boote. Die deutschen U-Boote wären wahrscheinlich kaputt gegangen, wenn sie das versucht hätten, weil auch der Turm, mit dem man durchs Eis geht, dafür nicht geeignet ist. Also diese U-Boote, die unter den Polarkappen tauchen, haben Reaktorantrieb. Das heißt, die haben praktisch unbegrenzt Energie zur Verfügung. Das ist erstmal das Erste. Die können ihre Luftaufbereitungsanlagen fahren und brauchen keinen Sauerstoff für ihren Antrieb. Das macht alles der Reaktor. Insofern haben die das Wegproblem schon mal nicht und die Skate, die tatsächlich als erstes 1959 am Nordpol aufgetaucht ist, die hatte speziell dafür Verstärkungen in den Turm eingebaut. Und die sind natürlich in der Mitte des Sommers, also wo am Nordpol das Eis schon immer dünn war. Inzwischen ist es ja teilweise da große Gegenden eisfrei, aber schon damals war im Sommer am Nordpol das Eis häufig sehr, sehr dünn. Und im tiefsten Winter vor Neuschwabenland, das ist ja auch anders als das rein schwimmende Eis, was man in der Arktis hat. In der Antarktis hat man ja, das sind ja riesige Gletscher, die sich da vom Land aufs Wasser schieben, wo eben ein massiver, weit über 100 Meter dicker Eispanzer sich da auf das Wasser schiebt. Und da wäre man unmöglich durchgekommen. Also in irgendwelchen Spalten, wo das Eis halt bricht, hätte man eventuell ein bisschen Luft kriegen können. Aber man weiß von Expeditionsschiffen, die da im Weddellmeer mal über den Winter kommen sollten, das Eis bewegt sich. Man muss in diesen Spalten dann wahnsinnig aufpassen, dass das Schiff nicht zerquetscht wird. Man wusste, man weiß auch, es gab eine amerikanische Operation, eine Militärübung in der Antarktis kurz nach dem Krieg, Operation High Jump. Und die hatten, also mit vielen großen Schiffen, die haben praktisch was geübt, was sich eigentlich auf eine Situation, also wie verteidigt man am besten Alaska gegen einen Angriff von Sibirien aus. Das war so die Idee dabei. Und die hatten halt wirklich Kriegsschiffe, kaum richtige Eisbrecher oder sowas, haben erst mal festgestellt, die allermeisten Kriegsschiffe sind unter diesen Eisgangsbedingungen, selbst im Südsommer nicht wirklich tauglich. Und das größte Problem, was sie hatten, war ein U-Boot, was sie dabei hatten. Das hat sich eigentlich ständig festgefahren, weil das eben auch noch ein konventionelles U-Boot war. Und man kann mit U-Booten in solchen Gewässern nicht vernünftig operieren. Und im Winter ist es einfach vollkommen ausgeschlossen. Und die haben ja tatsächlich dann Probleme bekommen, das hast du ja angedeutet, und haben, glaube ich, auch drei Soldaten verloren bei dieser Übung. Und das perfide, wenn du die Verschwörungsgeschichte anguckst, ist ja, dass das wiederum, also dieses Scheitern der Operation High Jump, ja dann wieder der überlegenen Technologie der Deutschen zugeschrieben wird. Also da beißt sich dann die Katze wieder in. Ja, wobei man das sehr, sehr schön dokumentiert ist. Also ich meine, es waren, glaube ich, sogar mehr als drei, die gestorben sind. Kommt darauf an, wen man mitzählt. Also ich glaube, bei den Opfern insgesamt ist auch jemand mitgezählt, der auf der Rückfahrt bei einem Auto, also beim Landgang bei einem Autounfall gestorben ist. Ah, okay, gut, okay. Einer, der nach einem Landgang mit besoffenem Kopf über Bord, also vom Landgang zurück mit besoffenem Kopf ins Wasser gefallen ist am Panama-Kanal und ertrunken ist. Und diese Geschichte klingt nur dann vollkommen absurd, wenn man nie bei der Marine war. Okay. Okay, ja. Also die Marine stellt tatsächlich in den Auslandshäfen, muss man direkt an der Stelling, wo die Leute aufs Schiff gehen, steht immer eine Wache. Und ganz realistisch muss man sagen, die Wache steht da nicht, damit niemand das Schiff überfällt. Oh, keine Ahnung, was überfällt. Da, damit keiner ins Wasser fällt. Aber das ist meine persönliche Erfahrung von der Marine. Insofern, ganz offiziell sieht das sicherlich anders aus. Aber ja, solche, und einer ist beim Entladen auf dem Eis von einem Ladestück erschlagen worden, was halt auf der vereisten Rampe halt abgerutscht ist. Und es gab einen Flugzeugabsturz. Also, beziehungsweise es gab mehrere Flugzeugabstürze, aber nur einen, der halt tödlich verlaufen ist. Ja. Und das U-Boot, was du angesprochen hast, ist dann ja auch tatsächlich am Ende umgedreht, war dann so beschädigt durch Eis, dass es gar nicht mehr teilnehmen konnte. Es musste eher sogar noch umdrehen, hatte große Probleme, nach Hause zu kommen. Das heißt also, all diese Punkte machen sehr, sehr deutlich, dass es überhaupt gar keinen Sinn gemacht hätte. Also, wenn man denn Soldaten hypothetisch von Deutschland zum Südpol hätte verlagern sollen, dann mit allem, aber nicht mit U-Booten, sondern vielleicht mit einem Schiffskonvoi oder was auch immer. Vor allen Dingen hätte man ein halbes Jahr früher machen müssen. Also, man hätte es im Sommer machen müssen und im Südsommer, im Nordwinter. Und das war natürlich eine Zeit, da wäre man gar nicht durchgekommen. Also, da war die Argumentation, warum U-Boote ist natürlich, dass U-Boote die einzigen gewesen wären, die sozusagen unentdeckt aus der Nordsee noch hätten rauskommen können. Aber, oder, ja, weil man hatte ja im Prinzip auch die französischen, gegen Kriegsende hatte man ja die französischen Atlantikhäfen nicht mehr, von wo die U-Boote vorher im Wesentlichen operiert haben. Das war ja auch so ein bisschen das, weshalb die U-Boot-Flotte eben auch sehr, sehr stark gehandicapt war. Die deutsche U-Boot-Flotte, wenn man sich den Film Das Boot auch anguckt, hat im Wesentlichen von den französischen Häfen in der Biscaya und am Mittelmeer aus operiert. Und die waren halt dann alle in alliierter Hand inzwischen. Und dann haben sich irgendwelche U-Boote dann nach Hamburg und Kiel irgendwie geflüchtet und kamen da auch nicht mehr raus. Also, die deutschen U-Boote, die tatsächlich von Kiel aus, gerade im Anfang Mai 1945 noch ausgelaufen sind und noch versucht haben, irgendwas zu machen, da sind also selbst Anfang Mai noch einige versenkt worden, die praktisch direkt nach dem Auslaufen in Kiel noch im relativ flachen Wasser der Ostsee-Zugänge, wo sie schlecht ausweichen konnten, halt sofort aufgespürt und versenkt worden sind. Also, das war keine Strategie. Genau, und wenn wir uns jetzt mal von U-530 zu U-977, da hast du ja schon gesagt, dass man das ganz gut dokumentiert hat, was da passiert ist. Da sind auch gar nicht alle dann losgefahren und wollten gar nicht alle Richtung Argentinien überhaupt. Da haben auch manche gesagt irgendwie, nee, wir wollen aber lieber nach Hause oder ganz woanders hin. Ja, die Situationen waren halt auch völlig unterschiedlich. Also, U-530, muss man sagen, war bei Kriegsende schon rund drei Monate draußen. Das heißt, die waren schon eine ewig lange Fahrt draußen. Die waren vor der, also nach allem, was man weiß, vor der amerikanischen Küste, vor der nordamerikanischen Küste. Und, also das haben sie ausgesagt, das war auch ein typisches Einsatzgebiet eigentlich zu dem Zeitpunkt. Also, das Einsatzgebiet der U-Boote hat sich halt auch immer weiter von Europa weg verlagert, immer weiter Richtung USA, weil da einfach weniger, sie da weniger angegriffen wurden. Und, das heißt, die waren da, waren halt alle vor der amerikanischen Küste und dann hat offensichtlich der Kommandant gesagt, wir fahren jetzt nach Argentinien und dann sind sie nach Argentinien gefahren. Also, da weiß man, kann man aber nicht so genau nachvollziehen, wie die Entscheidung gelaufen ist. Die haben hinterher ausgesagt, sie hätten per Funk, sie hätten wochenlang überhaupt keinen Funkkontakt gehabt und dann hätten sie diesen Funkspruch bekommen mit dem Kapitulationsbefehl von Dönitz und sie hätten geglaubt, das sei amerikanische Propaganda und hätten das nicht geglaubt und hätten dann gesagt, naja, weil sie keinen anderen mehr erreicht hätten, fahren wir jetzt nach Argentinien. Wie glaubwürdig das ist, das weiß man nicht. Von U-977 weiß man das alles wesentlich besser, weil auch ein Teil der Leute halt auf anderem Wege noch aufgetaucht ist. U-977 ist wirklich erst im April, kurz vor Kriegsende noch ausgelaufen und sollte eigentlich von Hamburg aus und sollte eigentlich eine Ausbildungsfahrt noch machen. Also, das war jetzt auch kein voll bewaffnetes, also U-530 war wirklich auf Feindfahrt vor der amerikanischen Küste. U-977 war schon mal beschädigt worden, vorher war schon beim Auslaufen nicht in einem so riesig guten Zustand, diente eigentlich nur zu Ausbildungszwecken und sollte vor der norwegischen Küste praktisch U-Boot-Besatzungsleute ausbilden, um dann halt, die dann auf andere Schiffe zum Einsatz verlegt werden sollten. Die lagen vor Norwegen, als der Kapitulationsbefehl kam und dann hat der Kommandant seine Besatzung zusammengerufen und hat gesagt, Leute, wir sind gerade ausgelaufen, wir haben ein U-Boot, wir haben einen vollen Tank, wir könnten Argentinien erreichen, was machen wir? Daraufhin haben die meisten gesagt, lasst uns nach Argentinien fahren, ein paar werden lieber nach Spanien gefahren. und 16 von den 48 Leuten haben gesagt, wir wollen nach Hause oder halt zumindest, wir wollen in Europa bleiben, wo wir die Chance haben, als Kriegsgefangener nach Kriegsende halbwegs zügig wieder entlassen zu werden. Und daraufhin hat man die halt ins Schlauchboot gesetzt, vor der norwegischen Küste und hat gesagt, Leute, rudert an Land und sagt, sagt bitte, wir sind auf eine Mine gelaufen und gesunken und ihr seid die einzigen Überlebenden. Das haben die dann auch gesagt und dann wurde also während U-530 einfach nur als vermisst galt, wurde U-977 wirklich zunächst mal als gesunken verbucht und ist dann zunächst mal von Norwegen aus eben nördlich um die britischen Inseln rum, weil durch den Ärmelkanal durch war aussichtslos, unentdeckt durchzukommen. um Schottland rum, dann so halben Weg zwischen Schottland und Island, also einen riesig langen Weg gefahren, dann auf dem Atlantik nach Süden und die sind 66 Tage nicht aufgetaucht. Das heißt, die Art, wie die noch fahren konnten, war, wie gesagt, sie durften ja jetzt überhaupt nicht entdeckt werden, am Tag komplett getaucht mit Elektromotoren auf Batterie und bei Nacht halt mit Schnorchel, dass man halt die wenigstens ein bisschen ein bisschen Luft halt, also dass man Frischluft für die Leute kriegte und halt die Dieselmotoren betreiben konnte über den Schnorchel, dass man die Batterien wieder aufladen konnte. Dadurch eben auch alles sehr, sehr langsam. Also die waren ja wirklich drei Monate noch unterwegs. Wenn man sich das anguckt, das ist eben auch was, was die Leute dann sagen, naja, die U-Bote konnten zwölf Knoten fahren, die hätten doch in spätestens vier Wochen in Argentinien sein müssen. Ja, da hat man Axel Stoll richtig im Ohr, wenn man... Genau, ja, aber das ist natürlich, dazu hätten sie erstens mal aufgetaucht fahren müssen, weil zwölf Knoten konnten sie überhaupt nur aufgetaucht fahren. Das waren eben, wie gesagt, U-Boote, die waren eigentlich dafür gedacht, große Strecken über Wasser zurückzulegen und dann nur mal kurz abzutauchen. Deswegen konnten die über Wasser viel, viel schneller fahren als unter Wasser, was bei einem modernen U-Boot genau umgekehrt ist. Ein modernes U-Boot ist dafür, die haben diesen zigarrenförmigen Rumpf, die sind halt dafür gedacht, die ganze Zeit unter Wasser zu fahren und sind da eigentlich optimal drauf angepasst. Die waren eigentlich von der Form her die ganze Hydrodynamik optimal für die Überwasserfahrt gedacht und unter Wasser halt auch durch den Energiemangel, dass man das alles mit gewöhnlichen Batterien halt abdecken musste, mussten sie halt auch sehr viel Energie sparen. Dann hatten sie natürlich auch keinen Treibstoff dabei, mit dem man eigentlich nach Südamerika hätte fahren können. Selbst aufgetaucht hätten sie mit zwölf Knoten zwischendurch irgendwo anlegen müssen, um Kraftstoff zu tanken und das ging nicht, insofern mussten sie halt extrem Kraftstoff sparen, wie gesagt, die ganze Zeit, eigentlich die ersten 66 Tage wirklich die ganze Zeit so mit drei, vier Knoten getaucht. Also drei, vier Knoten, das sind sieben Stundenkilometer, also da hätte man fast nebenher laufen können. Also das ist und so sind die über zwei Monate unterwegs gewesen. Dann hat man sich überlegt, okay, wir haben jetzt sozusagen die Schifffahrtslinien, wo viel Schiffsverkehr zwischen Europa und Nordafrika nach Amerika ist, haben wir jetzt hinter uns. Wir können jetzt mal es riskieren, bei Tag aufzutauchen und vielleicht auch bei Nacht dann mit Schnorchel zu fahren und dann ging es ein bisschen schneller und man hatte auch das Problem auf der U-977, dass dadurch, dass die Besatzung halt sehr klein war, dass vor allen Dingen viele von den Älteren, von den Unteroffizieren gesagt haben, ich will zu meiner Frau, ich will zu meinen Kindern, die Besatzung auch sehr unerfahren war. Die waren ja auch noch in Ausbildung alle. Also die Ausbilder waren im Prinzip zum großen Teil weg. Die Auszubildenden waren alle noch an Bord und der Kommandant und der hat halt mit einer Besatzung von lauter Noobs versucht, dieses Boot darunter zu fahren. Die haben das Periskop kaputt gemacht dabei. Das heißt, die konnten auch untergetaucht kaum noch was sehen und es war getaucht halt die Gefahr, dass sie mit einem anderen Schiff kollidieren, dass sie irgendwie überhört hätten oder sowas. Also es war ein Riesenproblem und deswegen haben sie dann irgendwann gesagt, wir wollen möglichst wenig tauchen, vor allen Dingen nicht nachts. Also sind sie erst mal nachts aufgetaucht gefahren, bis und nachdem sie da am Äquator vorbei waren und dann gesagt haben, okay, jetzt sind wir so weit weg von Gut und Böse, jetzt kann uns eigentlich nichts mehr passieren, sind sie dann große Stücke auch am Tag komplett aufgetaucht gefahren und haben sich dann so eine ganz abenteuerliche Tarnung überlegt, dass man also aus Blechdosen und Sperrholz sich irgendwie so eine Art Schornstein oben drauf gesetzt hat und dann hat man alte Lappen verbrannt, damit es halt ein bisschen raucht, wenn man ein anderes Schiff am Horizont gesehen hat, dass die meinten, man wäre halt irgendwie ein Tanker gewesen oder irgendein kleiner, kleiner Dampfer gewesen vielmehr. Trotzdem gab es Berichte darüber, dass irgendwelche Schiffe berichtet hatten, sie hätten ein U-Boot gesehen, das irgendwie wie ein deutsches U-Boot ausgesehen hätte, wie realistisch das ist, ob das alles stimmt, ob das vielleicht U-530 war, was die gesehen hatten, das ist alles ein bisschen unklar. Es kamen dann auch Berichte auf, die hätten noch irgendwie ein asylianisches Kriegsschiff versenkt, was also auch nach Kriegsende noch explodiert ist, so in der Nähe des Äquators, aber das war einfach ein altes Schiff, also da gibt es eine solide Untersuchung drüber, dass die einfach durch Fehlbedienungen und kaputtes Gerät sich quasi eine von ihren Minen an Bord explodiert ist. Jetzt haben wir also angefangen mit Hochtechnologie des Dritten Reiches, einer Geheimstation am Südpol und sind angekommen bei einem U-Boot, was beschädigt war, was auf einer Trainingsfahrt war, mit vollkommen unerfahrenen Seeleuten, die dann, um Sprit zu sparen, im Schritttempo quasi die meiste Strecke nach Argentinien geflohen sind und das ist natürlich eine komplett andere Betrachtungsweise und ich habe so gerade überlegt, wie muss das gewesen sein? mit einer komplett absurden Maskerade eigentlich, mit diesem Schornstein da drauf. Und dann kommen halt, wenn man sich das verdeutlicht, dann kommen halt und dann kommen so die Argumente von den Leuten, warum da was nicht stimmen kann an dieser Geschichte, dann heißt es also, dass U530 hätte viel zu viel Zigaretten dabei gehabt und man dann sagen muss, ja mein Gott, die sind die ganze Zeit getaucht gefahren, die konnten nicht rauchen, ja, also das heißt und von U530 weiß man ja gar nicht so genau, wie viel die jetzt getaucht und mal aufgetaucht und so weiter, aber klar war, wenn ein U-Boot getaucht war, war Rauchverbot und wenn ein U-Boot aufgetaucht war, konnten zwei Mann mal hochgehen zum Rauchen und trotzdem hatten die natürlich, also es gibt diese Geschichte mit den mit den zollfreien Zigaretten an Bord, gibt es heute noch bei der Marine, ich bin mir sicher, das gab es damals auch, insofern hatten die in der Bordkantine, wenn es halt beim Auslaufen halt gerade Zigaretten gab, haben die halt Zigaretten mitgenommen, ja. Aber was ich mich jetzt, wo ich das alles noch mal höre, frage ist, ob bei denjenigen, die gerne glauben möchten, dass das alles ganz anders gewesen ist und dass da irgendwelche Geheimnisse dahinter stecken und dass die Technologie doch überlegen war, nicht auch mitschwingt, ist, dass das Menschen sind, die sich sehr stark eben auch über diese, über dieses Militär und über die deutsche Geschichte definieren als Deutsche und die das furchtbar demütigend finden, was da passiert ist, also dass das für sie ein solcher Schlag ins Gesicht ist, dass da also die Marine wie ein geprügelter Hund abzieht und mit Hängen und Würgen auch noch die Flucht vielleicht schafft, aber mehr auch nicht, sodass die dann eigentlich glauben müssen, dass das alles ganz anders gewesen ist, weil sie sich ansonsten selber völlig gedemütigt fühlen. Ja. Meinst du, das schwingt noch so mit heute auch bei denjenigen, die das glauben? Ja, das ist eigentlich ein typisches Nachkriegsnarrativ. Ich finde das sehr spannend, auch so wie ich die, die Geschichten, also sowohl mein Vater als auch mein Opa erleben ja nicht mehr, aber was die mir so erzählt haben über den Krieg und das läuft teilweise total auseinander, wo auch mein, mein Vater so diese Geschichten erzählt hat, mein Vater hat so die typische, der war halt bei Kriegsende sechs Jahre alt, so die typischen Nachkriegsnarrative von der, der, der sauberen Wehrmacht, die irgendwie, ja, also schon so einen gewissen, ich sag mal so einen pragmatischen Pazifismus. Mein Vater sagte auch irgendwie, naja, ich musste halt zur Bundeswehr, aber eigentlich wollte ich das nicht und man muss beim Militär immer darauf achten, dass man irgendwo ist, wo man davonlaufen kann und nicht in irgendeiner, in irgendeiner Blechdose unter Wasser, aber es klingt halt völlig anders als mein Opa, der irgendwie über die Ostfront nie gesprochen hat, der immer gesagt hat, Ostfront war schrecklich und das war alles, was er dazu gesagt hat. Damals habe ich halt gedacht, die Lebensverhältnisse waren so schrecklich und inzwischen frage ich mich, ob er damit vielleicht auch meinte, dass was die Deutschen da gemacht haben, war so schrecklich, dass er da Sachen mitbekommen hat, die er lieber nicht mitbekommen hätte und der dann irgendwie sagte, das Beste, was mir im Krieg passiert ist, war, dass ich endlich die Gelegenheit hatte, mich den Franzosen zu ergeben. Und dann hat er mit einem großen Respekt und einer großen Freude von seiner Kriegsgefangenschaft erzählt. Also das, da sieht man so ein bisschen für meine Begriffe dieses Kippen von der eigentlichen Kriegsgeneration, die es wirklich direkt miterlebt hat, zu der Nachkriegsgeneration, die dann sozusagen die Verarbeitungsgeschichten aufgenommen hat von den von den den Leuten, die irgendwie versucht haben, ihren Stolz zu bewahren oder so. Ja, und weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Genau. Also diese unsäglichen Gräueltaten konnten ja nicht stimmen. Genau. Und so gibt es ja bis heute Menschen, die der Ansicht sind, dass das so ist, aber es ist nun mal nicht so. Es ist ja einfach anders gewesen. Ganz am Anfang hast du schon natürlich in deiner faktenorientierten, korrekten Art und Weise darauf hingewiesen, dass wir den Titel nicht ganz präzise formuliert haben. Vielleicht so zum Ende dieser Themenbetrachtung. Was ist denn dann passiert, sowohl mit den Besatzungen, was kann man nachvollziehen und was ist dann am Ende mit den U-Booten passiert, als sie dann angekommen waren nach dieser Fahrt? Ja, also im Prinzip war ja die Idee dieser, dieser abenteuerlichen Flucht war ja der, der Kriegsgefangenschaft insbesondere durch die Amerikaner zu entgehen und was eben passiert ist, sie haben sich der argentinischen Marine ergeben, wurden von der argentinischen Marine vernommen und anschließend an die Amerikaner übergeben. Und das, genau das hat, hat man auch mit den U-Booten gemacht. Die U-Boote wurden dann von der, von der amerikanischen Marine übernommen, aber während es, also diese Experimental-U-Boote, die waren natürlich für die Amerikaner wahnsinnig interessant, was man da noch, also hier hat man teilweise noch gesunkene U-Boote wieder gehoben, um dann zu gucken, wie dann dieser Antrieb ausgesehen hat und so weiter. Aber U-530 und U-977 waren halt massenproduzierte Billigwaffen, die davon hatten die in Deutschland auch massenweise noch gefunden und das war für die Amerikaner eigentlich überhaupt nicht interessant. Die haben mal kurz geguckt, ob es da irgendwelche Hinweise gibt, dass Hitler da vielleicht doch an Bord gewesen sein könnte oder irgendwas anderes damit transportiert worden sein könnte. Und dann hat man den alten Ramsch halt als Ziel für, zum Torpedoschießen verwendet und die wurden dann 46, 47 bei Übungen halt mit Torpedos versenkt als Ziel für andere, für amerikanische U-Boote. Tja, ganz unspektakulär dann das Ende und ja tragischerweise ein immenser Aufwand, wenn wir jetzt nochmal zurück, also gerade die Reise, die wir nachvollziehen können, U-977 und am Ende dann doch Gefangenschaft, also 66 Tage unter schlimmsten Bedingungen sich verstecken und dann am Ende landet man doch bei den Amerikanern. Ja, wobei der Schäffler hinterher in seinem Buch geschrieben hat, er ist zwar immer wieder verhört worden, ob er nicht vielleicht doch irgendwie jemanden mitgenommen hätte und ob denn nicht doch, also einmal von den Amerikanern, nachdem er dann von den Amerikanern zur Zurückführung nach Deutschland, nach Europa gebracht worden ist, haben die Briten ihn nochmal verhört, aber er schreibt eigentlich auch, er wäre überall korrekt behandelt worden. Also es war ja jetzt auch bei den Leuten, die unter geordneten Verhältnissen in amerikanische oder britische Gefangenschaft geraten sind, wie gesagt, ich hatte meinen Opa erwähnt, der in französischer Gefangenschaft war, die sind ja überwiegend sehr korrekt behandelt worden. Es gab halt ein paar Fälle, also die sogenannten Rheinwiesenlager, wo halt ja einfach so viele Gefangene da waren, dass man nicht genug Essen für sie hatte und wo tatsächlich deutsche Kriegsgefangene verhungert sind. Aber das war bei den, bei Marinesolde hatten, die irgendwo in den USA gefangen waren, war das ja nicht das Thema und ja eigentlich muss man sagen, gab es überhaupt keinen Grund, nicht in amerikanische Gefangenschaft geraten zu wollen und dann dafür lieber diese Tortur nach Argentinien auf sich zu nehmen. Wo man ja, Argentinien hatte Deutschland auch den Krieg erklärt, also es war jetzt ja nicht. Und also ich hätte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht in die Hände dieser argentinischen Militär runterfallen wollen. Also es gibt das natürlich kein historisches Dokument, aber ich finde den Satz sehr schön aus dem Musical Evita, da wird diese Militär runter beschrieben mit, sie standen politisch leicht rechts von Attila dem Hundenkönig. Slightly to the right from Attila the Hun. Das beschreibt es dann ja ganz gut und natürlich die Angst vor den Amerikanern sicherlich auch Teil der Propaganda, die die Soldaten natürlich mitgenommen haben und dann am Ende feststellen mussten, dass auch sie da natürlich vom Regime getäuscht worden sind am Ende dann. Haben wir noch was vergessen? Also es ist, wir müssen ja sagen, so ein bisschen der Impulskampf war die zu sagen, lass uns doch mal über die U-Boote reden, das haben wir natürlich sehr gerne aufgegriffen. Nicht, dass wir jetzt noch einen Aspekt vergessen haben, der dir wichtig wäre, den du noch loswerden möchtest. Nö, ich glaube eigentlich, eigentlich haben wir den Kreis so ziemlich geschlagen. Also von den, von den hochgejubelten Geheimwaffen, die irgendwie eine ganze Armee nach Südamerika gebracht haben, zu zwei halbverrosteten Booten, die irgendwann in Argentinien aufgeschlagen sind mit ausgehungerten, verzweifelten Gestalten und ja, jungen Männern, die es irgendwie glücklich waren, dass sie den Krieg irgendwie überlebt haben an Bord. Ja, mehr von dir und auch mehr von dir zu anderen Verschwörungsmythen, ich habe es schon einmal erwähnt, kann man natürlich nachlesen in dem Buch Verschwörungsmythen, wie wir mit verdrehten Fakten für dumm verkauft werden. Da gibt es dann auch noch ein ganz ausführliches Kapitel zu Neu-Schwarmland, wo du das Ganze etwas ausführlicher über die beiden U-Boote hinaus natürlich beschreibst, können wir sehr empfehlen. Und Holm, wie jedes Mal ein Fest mit dir über diese Themen zu sprechen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und interessante Einblicke in die Marine. Ja, das stimmt, da müssen wir eigentlich auch mal mit dir eine ganz dezidierte Folge machen. Also grundsätzlich kann ich tatsächlich den Film, das Boot, also über diese reine U-Boot-Geschichte hinaus empfehlen. Als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich ja noch Schüler und habe irgendwie gedacht, also es ist ja vollkommen übertrieben, so krass kann der Umgang von Menschen miteinander in einer Bordgemeinschaft ja nicht sein. Und dann war ich bei der Marine und dachte mir, Moment mal, die waren im Krieg und die waren monatelang da draußen und eingefärscht in dieser Dose da. Das muss ja noch viel krasser gewesen sein, als bei uns. Eigentlich muss das krasser gewesen sein, als es im Buch dargestellt wird. Ja, ja, ja. Also auch ein Film, der mich, ich bin tatsächlich kein Freund von Kriegsfilmen, aber natürlich hat man irgendwann das Boot sich angeguckt und ich war auch wirklich ein oder zwei Tage danach beschäftigt. Also nicht nur, weil es ein Kriegsfilm ist, sondern auch eben die Zeichnung der Menschen, die Atmosphäre. Das Projekt, wer den nicht gesehen hat, lieber Zuhörende, wirklich eine Empfehlung. Vielleicht nicht, wenn man nicht so ganz gut drauf ist, ist es ein Kriegsfilm, wenn man mal ganz entspannt ist, aber sicherlich sehr lohnenswert, sich das anzuschauen. Ich war bei der Marine noch mit einem Schnellboot damals in La Rochelle, wo wir in dem Hafen gelegen haben, wo die Schlussszene von das Boot gedreht wurde, mit diesem U-Boot-Bunker dahinter. Und also da im Hafen zu liegen und sich den Film nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, ist nochmal eine ganz besondere Situation. Wobei das Original, also gut, das Originalboot war tatsächlich mal in La Rochelle, aber ist es nicht in La Rochelle verzerstört worden, sondern in Hamburg. Ja gut, aber dann als Soldat ist man, glaube ich, dann komplett auch nochmal, glaube ich, anders gepolt, als ich der Zeitlebens-Zivilist war. Insofern, aber trotzdem. Mich hat es auch beeindruckt, das kann ich deswegen. Das kann man sich sicherlich angucken. Ja, Holm, dann danken wir dir schön. Wir freuen uns jetzt schon wieder, dich beim Ferngespräch demnächst wieder dabei zu haben, aber heute diente die Bühne mal dir alleine. Das ist ja auch alle paar Monate oder Jahre dann mal wieder notwendig, die auch mal eine eigene Folge zu haben. Wir konnten nur keinen parallelen Chat bieten, der lustige Dinge schreibt, während wir hier reden. Genau, die Hashtags werden dann im Zweifelsfall auf Twitter zur Folge dann entwickelt werden. Gucken wir mal, was kommt. Wir bedanken uns, Holm. Immer gerne. Dankeschön. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Ja, eine schöne Facette im Grunde genommen des Neu-Schwabenland-Mythos, beziehungsweise sogar der Startpunkt des Neu-Schwabenland-Mythos, wie wir jetzt gelernt haben. Und für diejenigen, die jetzt anfangen, einen Kommentar tippen zu wollen, können wir sagen, wir haben heute tatsächlich mit Sebastian gesprochen in Bezug auf das Neu-Schwabenland-Buch. Wir schmeißen gerade Ideen durch die Gegend und werden nach wie vor, das ist ja die Aussage, dass wir daran arbeiten, aber ich glaube, dass es, wenn alles gut geht, und ich meine, Pandemie ist ein besonderes Ereignis, es gibt andere besondere Ereignisse, also wenn wir gesund bleiben, wird es in diesem Jahr auch neue Dinge über das Neu-Schwabenland-Buch zu berichten geben. Ob es erscheint, da sind wir erstmal vorsichtig, aber es wird... Ob es dieses Jahr erscheint. Genau. Wobei wir das schon... Ah, dann lassen wir das. Genau. Erscheinen wird es. Erscheinen wird es. Ob es jetzt 2021 erscheint, gucken wir mal. Aber es werden definitiv Dinge zum und mit dem Neu-Schwabenland-Buch in diesem Jahr erscheinen. Das können wir euch versprechen. Und that's it. Wollen wir doch jetzt nochmal hören, wie es sich denn mit SARS-CoV-2 am Südpol verhält. Die Auflösung Die Geschichte mit den 36 Covid-19 beziehungsweise SARS-CoV-2-Infizierten in der Antarktis, in der Forschungsstation Bernardo O'Higgins ist richtig. Das heißt, die Geschichte stimmt. Und es war tatsächlich so, dass der Dezember 2020 ja schon wirklich ein recht später Zeitpunkt ist. Das heißt, es hat sich dort recht lange eben eine Situation gehalten, wo eben keine Infizierten da waren, während der Rest der Welt schon mitten in der Pandemie steckte. Und dann eben im Dezember gab es diesen Infektionsherd. Die Betroffenen sind dann in die chilenische Stadt Punta Arenas in Patagonien gebracht worden. Und es ist sowieso ganz interessant, sich mal mit den Forschungsstationen in der Antarktis zu beschäftigen. Also diese betreffende Station ist zum Beispiel 1948 errichtet worden und ist eine der am längsten durchgehend betriebenen Forschungsstationen in der Antarktis. Also es gibt durchaus eben Bestrebungen in der Antarktis. Da ist ein bisschen was los, da wird Forschung betrieben. Aber Militärbasen von irgendwelchen Nazis in irgendwelchen warmen Höhlen gibt es dann doch eher nicht. Und auch keine Eingänge zu holen, Erde. Da sehen wir halt auch, wie ein Virus auch den Weg in die Antarktis finden kann. Und warum wir hier gerade tatsächlich mit einer echten Pandemie zu kämpfen haben. Relativ eindrucksvoll, dass auch da tatsächlich dann am Ende Menschen zumindest infiziert sind. Über die Schwere der Verläufe kann man jetzt ja nicht so viel sagen. Genau, nachgewiesene Infektion. Interessant, auf jeden Fall. Ja, damit sind wir am Ende der zweiten Januar-Folge. Es werden wieder dann jetzt einige Specials kommen und hochgeladen werden. Wir haben festgestellt, dass es so ein ganz paar kleine Hakler gab, was die neue Infrastruktur angeht. Alle die, die Probleme hatten, weil sie sagen, eure Seite geht gerade nicht oder das funktioniert gerade nicht. Wir haben im Grunde genommen ja zwei Seiten, nämlich hoaxilla.com und hoaxilla.de, die wir immer im Gleichklang sozusagen betreiben müssen. und testen tun wir fast immer gegen hoaxilla.com und manchmal gibt es dann bei DE einen Haken, der vergessen worden ist. Wir möchten hier nochmal ganz ausführlich dem Bastian danken, der da ganz viel im Hintergrund mit uns gemeinsam... Er wirbelt. ...macht und wirbelt. Und wir können ja aber jetzt schon anhand der Server-Statistiken sehen, dass das sehr, sehr gut funktioniert, dass die Folgen fleißig heruntergeladen werden. Alle möglichen angeschlossenen Plattformen haben jetzt nicht gemeckert beim Umschließen, ob das die Diva, Spotify ist, iTunes oder sonstige Seiten, das hat alles gut funktioniert. Und ganz zum Schluss noch ein Dankeschön im Hinblick auf die Folge zum Mann ohne Gedächtnis, Clive Waring. Da habe ich mich verschnabbelt und habe dann irgendwann Herpes Zoster mit Herpes Simpix gleichgesetzt und da gab es eine ganze Reihe von Einsendungen und wir haben das jetzt inzwischen direkt korrigiert, haben die Folge etwas umgeschnitten, sodass ich da diesen Fehler nicht mehr mache. Aber vielen, vielen Dank allen, denen das aufgefallen ist und danke auch allen, die uns da den Hinweis gegeben haben, das ist inzwischen korrigiert und wer sie sich jetzt runterlädt, die Folge, der hört diesen Lapsus dann nicht mehr. Ein Hinweis kam zum Beispiel von meiner Schwester, die als Medizinerin dann natürlich nochmal einen ganz anderen Blick drauf hat und mir das natürlich sofort aufgefallen ist. Genau, also insofern schön, dass sie uns da Hinweise gibt und dass wir dann auch die Möglichkeit in dem Fall genutzt haben, die Folge etwas umzuschneiden, damit da nichts Falsches mehr drin ist. Ja, damit bleibt nicht mehr viel zu sagen. Die 270 steht vor der Tür, irgendwie die Zahlen purzeln hier. Wir können schon mal langsam überlegen, was wir zur 300. Folge machen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Und es bleibt dabei, dass wir uns nur bei euch bedanken können für euer Interesse, für eure Unterstützung über all die Jahre. Und wir steuern ja so langsam schon auf den 11. Geburtstag. Es ist ein Wahn. Unglaublich. Also alles Gute für euch. Bleibt bitte gesund und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoxella-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wird das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxella.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.